Habe ich extra für euch aufgegeben, ne, habe ich nicht geguckt, ne? Was? Die Passion. Mann, 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 was? Ich kapiere es nicht. Leute, ey, come on, ja. Es sind jetzt, es sind christliche Feiertage, die vor der Haustür stehen und eigentlich schon seit geraumer Zeit laufen. Und auf RTL gibt es jetzt das Live-Event seit 20.15 Uhr und ich kann es nicht gucken, weil ich mit euch viel Liebe aufnehme. Die Passion mit Thomas Gottschalk als Erzähler und wie heißt der? Alexander Klaas, ich glaube, als Jesus? Ich weiß nicht. Top, der Messias Quilt. Genau. Gibt es eigentlich, warte mal, gibt es irgendwie einen, 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 einen klerikalen Gruß, den man jetzt so zur Osterzeit von sich gibt? Sowas wie Heil-Ei. Was? Heil-Ei. Heil um die Ecke. Na, weil, Heil Cäsar, Heil dies, Heil das. Heil Kräuter. Heil Kräuter. Heil, äh, Ostergruß. Warte, ich guck schnell. Ostergruß. Karol googelt. Ostergruß. Und Flo, äh, zieht wieder Bücher durch die Nase. Oh, ja. Ich leck doch dran, gell? Ja, stimmt. Ach, toll. Wir wünschen einen frohs und gesegnetes Osterfest. Ja, doch. Toll. Aber gut. Hallo und dicke Eier, ihr Lieben, oder so, keine Ahnung. Genau. Die gesegnete K-Woche. Ja. Ist der nächste Woche L-Woche oder M-Woche schon? XL. Ha! Weil wir alle ein bisschen zugenommen haben. Warum musst du immer den Salzstreuer auspacken? Na, wenn wir Eiern zugen haben. Ja, wenn wir damit schmeckt, das Essen. Ja. 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 Und mit diesem Brüller herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem manchmal nicht ganz so ernsten Geschichtspodcast. Und auch heute wird es auf die ein oder andere abstruse Art und Weise was zum Lachen geben. Irgendwie schon, aber auch irgendwie nicht. Irgendwie ist es auch irgendwie sehr traurig, aber bevor ich allzu viele Worte verliere, möchte ich meine lieben KollegInnen hier begrüßen, weil wir sind heute zu viert. Bup, bup. Ich fange mal hier beim Twitch-Stream, weil wir sind hier wieder live auf Twitch. 22 Uhr Mittwochs und so. Ganz links an. Das ist nämlich ja liebe Karol in Dresden. Hallo, Karol. Hola, liebe Mitglieder dieses Podcasts und liebe HörerInnen. Daneben mit Bewegtbild gut gekleidet wie eh der liebe Flo um die Ecke ins Abbrücken. Ehe. Ja, eher wie eh als wie je. Ich habe ein weißes Hemd da, das irgendwie bis zum Bauch und habe fast aufgeklärt. Egal, naja. Hi. Das sieht ja keiner. Man sieht ja nur deine schöne Mütze und Hemd so ein bisschen. Das ist nur, damit die Glatze nicht so blendet. Karol sitzt hier wahrscheinlich eh wieder nackt. Egal. Ja. Holen wir noch die liebe Victoria dazu, die sich wahrscheinlich jetzt gerade schon entblößt hat obenrum. Was? Ich wollte sagen. Naja, ich, hä? Also ich meine, sie ist doch junge Mutter und ... Nur weil ihr hier alle nackt vorm Mikro sitzt oder so spärlich bekleidet, heißt das nicht, dass ich das auch mache. Aber du musst doch deinen mütterlichen Pflichten nachkommen, das meinte ich. Die mütterlichen Pflichten wurden gerade beendet und ich bin jetzt wieder allein im Zimmer. Gut, sehr gut. Ich glaube, ich schalte jetzt doch RTL ein. Die Passions. Könnte eh nicht lustig sein. Ist das ein Musical oder ist das, was ist das? Ja, 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 Musical. Klaro, logisch. Ach so, das heißt, die hüpfen dann über die Nagelt ihn ans Kreuz. Oh yeah, yeah, Nagelt ihn ans Kreuz. So was in der Art. Ja. Okay, gut. Und nebenbei so Gottschalk so äh, ich, ja, so äh, ich, äh, äh. Top, der Nagel hält. Oh je. Hey, Konstellation. Also, ihr merkt ja schon, Flo ist ein bisschen verzweifelt, aber Flo ist ja nicht mehr ganz so verzweifelt, weil ihr habt ihm ... Flo, ich bin verzweifelt. Ich wollte die passende Überleitung machen, jetzt danke. Dankeschön hier. Ja, nach rechts, äh, dahin muss ich gucken. Zäh, 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 zäh. Ähm, jedenfalls, Flo hat ja, ja, etwas bekommen, damit's ihm besser geht. Was hast du denn nämlich bekommen, lieber Flo? Ja, also, äh, ihr hasst mein Bücherregal, merke ich. Ihr hasst es wirklich mit nachhaltiger, äh, Härte. Äh, ich hab schon wieder ein Buch bekommen. Also, schon wieder der Moment, äh, beim Briefkasten öffnen, äh, Moment, was macht das Paket da? Was hat, äh, was hat, äh, was zum Geier? Hab ich nicht bestellt. Beim dritten Mal muss das doch jetzt langsam klar sein, oder? Nein, bei mir nicht, leider Gottes. Das ist das Armutszeugnis, das ich mir, wie so oft, selber aus, also, man stellt sich ja, die meisten Zeugnisse nicht selber aus, außer das Armutszeugnis, das mach ich jede Woche wieder, durch meinen dezenten Alzheimer. Äh, leider diesmal anonym, es war keine Nachricht dabei, von wem es ist, ähm, deswegen weiß ich jetzt leider nicht, wem ich danken soll, aber vielen Dank für die Spenderin, den Spender des Buches Der längste Nachmittag über, äh, 400 Deutsche, Napoleon und die Entscheidung von Waterloo. Hoffentlich irgendwann mal als Folge in absehbarer Zeit, äh, wobei die Liste an abzuarbeiteten Büchern jetzt ja immer weiter steigt. Unter anderem, weil auch ich mich bedanken darf bei Pierre, der mir ein, ja, 1000-Seiten-Buch zugeschickt hat. Also, äh, da gibt's auch genug Material jetzt. Also, vielen Dank an Pierre von, ähm, Abolafia, eines der, äh, einer der, den, oder der Forscher, den ich wirklich auch bewundere. Also, vielen Dank. Also, ich hab jetzt einerseits was zu lesen, Flo, wie wir jetzt ja feststellen durften, auf unserem Disco-Zerb hat es auch was für die Nase oder für den, für die, äh, Zunge. Aber gut. Alles, aber das sind doch bestimmt alles männliche Autoren. Ja, Brandon Sims bei mir. Ah. Aber wenn du dieses Fass oder diese Büchse der Pondora öffnen möchtest, möchte ich darauf hinweisen, dass die letzte Buchspende, die ich bekomme, über den amerikanischen Bürgerkrieg, ein Buch ist, das von Frauen herausgegeben wurde und zu dreiviertel weibliche Autorinnen hatte. Drei viertel weibliche Autorinnen. Ja. Und ausgerechnet Militärhistorik auch noch. Ein eigentlicher Klassenswenderfeld. So muss es sein. So muss es sein. Ich glaube, es gibt da eine ganze, ganze Menge, ganze, ganze Menge, ja. Cool. Sehr schön. Ich glaube, ich muss an meiner Wischlist arbeiten. Ich habe da wahrscheinlich zu hochpreisige Sachen drin liegen. Sowas wie Auto, Yacht und so. Das, klar, geht natürlich nicht. Ich dachte, du hättest Wischlist falsch verstanden und hättest irgendwie eine verschiedene Abordnung von Lappen irgendwie da drauf oder so. Mikrofaser. Warte mal, das ist ja dein Job, ne? Nicht vergessen. Desinfektionstücher. Das ist dann die Wischlist. Ja, ich werde meine zusammenstellen, sobald der Umzug geschafft ist, also in einem Monat oder so. Wenn es dann ein Regal gibt. Ich meine, wir hoffen ja irgendwann mal, dass Flo's Regal im Stream hinter ihm zusammenbricht. Nein, tun wir nicht, da ist nämlich auch mein Rotwein drauf. Ich habe, ich habe hier, ich hoffe das. Einen kurzen Pro-Tipp, ne? Ich habe jetzt kürzlich bei einem guten Freund gesehen, das fand ich eine sehr interessante Art und Weise Bücher zu lagern. Der hat die in der Wohnung verteilt auf dem Fußboden gestapelt. Das hatte was, fand ich gar nicht schlecht, weil egal wo man saß, man konnte einfach zugreifen und kein Regal und so. Also wirklich, das hatte was, war cool irgendwie, fand ich gut. Darfst auch davon ausgehen, wenn ich irgendwann mal eine größere Wohnung habe, vielleicht sogar mit einem dedizierten Arbeitszimmer, wird das jede Menge Regale bekommen, aber auf 30 Quadratmeter ist halt wie immer das große Problem. Ja, ja, klar. Wenn ich ein Buch auf meinem Schreibtisch liegen habe, habe ich auch irgendwie in meiner Wohnung ein Buch immer in Greifweite rumliegen, weil du bist nie weit davon weg. Gut, das wäre jetzt der Moment, wo wir mal ganz kurz Werbung einblenden für Spenden. Achso. Alter, wir sind hier zehn Minuten im Thema und sind überhaupt noch nicht beim Thema angekommen. Nee, klar. Also ich wollte nur gerade noch sagen, gibt Flo ein Zuhause, dass ich das früher so gemacht habe, als ich nur so ein Miniräumchen hatte, als ich in Irland war, dass ich die Bücher neben meinem Bett aufgestapelt habe und dann einfach was wasserdichtes oben drüber gelegt habe und dann habe ich mir dadurch einen Nachttisch gebaut. Geht auch. Ja, siehste, genau. Bücher sind echt eine tolle Sache. Vielseitig. Das geht mit E-Books nicht. Alter, das ist mir jetzt gerade auf, also Bücher sind vielseitig, ist eine mehrdeutige Aussage, ne? Ja. Gut, aber kommen wir zu unserem heutigen Thema und dafür, das ist jetzt natürlich für den Feed ein bisschen schwierig, deswegen werden wir das ab jetzt rauscutten. Dafür habe ich nämlich etwas vorbereitet. Wir haben nämlich einen gemeinsamen YouTube-Link, den wir uns gemeinsam anschauen können. Ich meine, je nachdem, wie viel wir darüber sprechen, wird ich es auch nicht rauscutten. Ihr hört doch schon im Feed, wenn wir jetzt noch da sind, dann wurscht. Jedenfalls habe ich da ein Video vorbereitet, das das heutige Thema introdieren wird, einführen wird. Und das Hören schauen wir uns jetzt gemeinsam an, weil der Stream sieht das und ihr seht das hoffentlich auch alle, nicht wahr? Ja. Gut. Und ich drücke dann nämlich jetzt auf Play. Okay. Brauche ich da Ton dazu? Ja. Okay. Hast du Ton? Klar. Ah, den kenne ich doch. Also die schauspielerischen Leistungen sind wirklich toll. Nicht wahr? Der erste ist YouTuber, den man da sieht an seinem Freistuch. Genau, der, um den es heute geht. Es geht um den YouTuber. Er ist mir unsympathisch. sind das auch die Bandmitglieder oder sind das alles Laiendarsteller? Das sieht so aus. Nee, das sind die Bandmitglieder. Also die Deutschen sind die Bandmitglieder. Ah ja, okay. Die, die im Graben stehen, oder? Die mit den langen Haaren. Die mit den langen Haaren, ja klar. Zum Beispiel, ja. Oder der mit dem Iro halt. Das ist der Sänger. Ja. Die. So sahen die wirklich im Ersten Weltkrieg aus, die deutschen Soldaten. Ja, ja, voll. Alles Metalheads. Die German Hair Force. Oh, shit. Gott, so ein Aufwand für so ein Video, ey. Moment, hat der denn, hat der eine Thompson gerade gehabt? Ja, der hat eine Thompson. Ja, Thompson in der Hand. Wann war das? Wann soll das gewinnen? Das ist die Thompson gerade nicht. Das ist doch im Ersten Weltkrieg, oder? Ja. Das müsste stimmen. Die Thompson. Das ist ein Video über den Ersten Weltkrieg, aber die Waffe, keine Ahnung. Die Waffe, warte mal. Die gibt's ja im Ersten Weltkrieg. Die Tommy, die Tommy, ja, doch. Ich find das erschreckend, dass ihr so eine Waffe einfach so erkennen könnt. 45 Millimeter, glaub ich, sogar. Oder? 1921 bis 1944 gebaut worden. Das ist die Waffe, das ist mit einem, mit einem, mit einem, äh, sagen wir's doch, Trommelmagazin, ist das die Mafia-Waffe, der 1920er, ikonisch. Also nicht, dass die jeder wirklich hatte, aber die ist halt, weil sie halt in Verbindung mit den Chicagoer Mafia-Tätigkeiten um El Capone und so weiter so berühmt geworden ist, ist das so die Mafia-Waffe. Das ist eine Waffe, die haben die Offiziere der US-Armee im Zweiten Weltkrieg häufig gehabt. Aber im Ersten Weltkrieg nicht. Deswegen irritiert mich das. Ja, schöne Scheiße auch. Super. Alter, Minute 1,43 des Videos und wir haben das schon komplett dekonstruiert. Ja, das hat mich jetzt auch komplett rausgeholt. Also die langhaarigen Soldaten, kein Problem. Nee, kein Ding. Haben sie den ins Auge geschossen? Ja. Mensch. Ja, die Schwester sieht auch sehr autistisch aus. Autistisch. Mit den Gummihandschuhen, Alter, leck mich am Arsch. Ah, und der Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg im Hintergrund auch wieder schön. Oder sind wir jetzt schon beim Zweiten Weltkrieg jetzt? Nein, nein. Ja, das da könnte, nicht? Immer noch Erster. Das ist alles Erster. Alles, okay. Ja. Zu viel Battlefield 1 gezockt. Oh Gott. Was für ein Aufwand, ey. Sexy Nurse im Einsatz. Ja, ja. Da wird man doch gerne angeschossen, ne? Brauchst du gar nicht X-Hamster, musst du einfach nur Sabotum gucken. Ja, ja. Wie ist das eigentlich der Stream guckt das mit, oder wie? Ja, der Stream guckt das mit. Ah, sehr gut. Das wäre jetzt arg komisch, aber ich habe das Rähl also ein bisschen leiser gestellt. Wahrscheinlich hört man uns. Ansonsten reden wir die ganze Zeit wild durcheinander. Mhm. Wie schön sie mit dem... Alter. Ja, wir brauchen kein OP, das machen wir im Bett. Und die Schwester macht das alleine ohne Narkose, ohne alles. Boah. Also mir war schon klar, dass Sabaton irgendwie ein bisschen peinlich sind, aber das ist ja nur wirklich oberpeinlich bis jetzt, ne? Die Schulterklappen sind deutsch. An der Uniform da eben. Das sieht ein bisschen aus Pavera Bardem, der Mann. Die haben ihn aber sehr gut getroffen, finde ich. Wir sehen ja gleich ein Bild von ihm. Okay. Alter, es ist ein... Oh Gott. Die Uniform. Sagt ruhig was dazu, wir können ja auch anhalten. Halt mal kurz an. Also die Uniform, die Schulterklappen sind wie gesagt, Schulterklappen, so wie sie aussehen für mich, von der deutschen Uniform und sie sind falsch rum dran. Der Knopf ist oben zum Kopf hinweisend. So werden die festgemacht. Sie sind falsch rum dran und also da passt jetzt gerade nicht wirklich viel an der Uniform. Die sieht aus, als hätte man eine britische Uniform und eine deutsche Uniform in den dunklen Wandschrank gehängt und hätte es mal für zwei Stunden mit einer Flasche Weißwein alleine gelassen und das ist dann dabei rausgekommen oder so. Ich muss jetzt wirklich Sabaton googeln, weil das ist ja schlimm. Was ist denn das? Krass. Naja. Lass mal weiterlaufen. Es ist sehr aufwendig, aber irgendwie auch so... Naja. Ich mag es, aber das ist halt persönlich. Aber natürlich, nicht umsonst bringe ich das Video mit, weil man eben genau wie Flo, deswegen danke Flo, super viel daran kritisieren kann beziehungsweise interpretieren kann. Wir werden ja die Geschichte von dieser Person heute hören. So viel, denke ich, ist ja jetzt klar. Das ist nämlich wer, Flo? Adrian Carton-Dewired. Oder DeWiart, weil er war ja eben kein... Ja, DeWiart, ja. Eingeenglisch ist er Carton-Dewired. Genau. Also diese Person, um die es in diesem Video geht, die gibt es, oder die gab es tatsächlich. Ja. Aber... Und der Titel passt auch sehr gut. Das war seine Bezeichnung. The Unkillable Soldier. Die Ereignisse, die da dargestellt sind, sind auch, vielleicht wenn man sie wirklich aufs Minimum runterbricht, ganz gut getroffen. Aber es ist halt, wie Carol schon am Anfang gesagt hat, schauspielerisch jetzt nicht unbedingt eine Glanzleistung. Und ausstattungstechnisch, muss ich wieder sagen, also... Puh. Also wenn ich eine Band habe, deren komplettes, im Prinzip, Tagwerk, Musik über Militär ist, dann erwarte ich schon irgendwie ein bisschen wenigstens Authentizität, außer dass sie wollten tatsächlich bewusst die Leute ein bisschen triggern, dann okay, aber ansonsten, uff. Mhm. Ich bin irgendwo wahrscheinlich Mitte des Videos rausgeschmissen worden von Studio Link, hab mich schon gefragt, warum ihr nicht auf mich antwortet, wenn ich irgendwas sage. Ah, sorry. Nee, wir haben dich nur ignoriert, Viktor. Ja, ja. Wolltest du noch was dazu sagen, oder? Ich hatte mich nur über die sexy Krankenschwester ein bisschen aufgeregt. Also ich meine, es geht noch eine Stufe schlimmer. Ich meine, das ist jetzt noch nicht hier irgendwie Halloween-grade sexy Nurse-Outfit gewesen, aber es war schon... Ja, aber... Ja, also mit... Also... Offene Haare im Kriegsfall, während du amputierst und die dann natürlich in perfekten Wellen liegen. Also, ja. Ja, im Ersten Weltkrieg Hose getragen, komplett weißes Outfit, weil ja natürlich alle komplett weiß an waren. Ja, natürlich. Mhm. Aber ich hab jetzt herausgefunden, woher eigentlich, Lias, deine Beziehung zu Sabaton kommt. Interessant. Es ist Europa Universalis 4. Ach so. Nee, tatsächlich nicht. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Oder Hearts of Iron? Okay. Da haben sie ja echt... Oh, Wahnsinn. Die sind auch voll eine Szeneband, was das angeht. Also, äh... Teilweise auch immer hart am Wind segelnd, weil also gerade vor ein paar Wochen hab ich nochmal einen Artikel gelesen darüber, dass sie halt wieder mal kritisiert wurden. Dadurch, dass sie sich halt diesen Militärhistorischen und auch teilweise etwas... Ja, wie soll man das sagen? Glorifizierung? Militaristisch Glorifizierenden eben so widmen. Ja. Ziehen sie natürlich immer wieder Kritik auf sich, weil sie machen halt dann Lieder über die Rote Armee. Die Rote Armee ist eine unbefleckte Truppe. Oder über Nazi-Soldaten. Ghost Battalion oder sowas. Die werden dann schon da irgendwie ziemlich unkritisch häufig, äh, äh, Unkritisch, aber nur, solange man nur das Lied hört. Was ja super interessant bei Sabaton ist, dass sie zu jedem Lied eine historische Einordnung haben. Richtig. Und das finde ich wiederum super interessant und das machen sie auch tatsächlich gut, wie ich finde. Also natürlich jetzt auf keinem wissenschaftlichen Niveau, aber auf einem populären Niveau ist das super Einordnung und sie stellen sich auch deswegen ihrer Verantwortung. Und jetzt zum Beispiel, wenn du vor ein paar Wochen sagst, sie haben sich bei der Ukraine-Krise direkt hingestellt und gesagt, Krieg ist scheiße. Wir machen... Ja. Unser ganzer Erfolg basiert auf Krieg. Aber bitte, lasst es das ja, macht es so, dass unsere Nachfolger keine Lieder mehr über Krieg schreiben können. Haben sich hingestellt und das gesagt, überall. Was ich wiederum sehr positiv fand. Also nein, natürlich. Das ist ja, auf jeden Fall. Die hätten ja nun auch wirklich wieder mit Heroismus durch die Gegend hier so, ne, Krieg und Waffen liefern, zack, boom, bang und los und boom und... Das ist halt das, wo man dann halt so, wo dann manche Kritiker sagen, Sabaton ist irgendwie nicht ganz vorne, wie sie hinten sind, weil auf der einen Seite glorifizieren sie halt wirklich schon teilweise sehr unkritisch und auf der anderen Seite kommen sie dann mit so einem Argument, dass das wirkt dann etwas hohl. Wenn ich halt auf der einen Seite Dutzende Songs habe, wo, wie gesagt, auch Kriegsverbrecher quasi oder wo Kriegsverbrechen entweder unter den Teppich gefallen gelassen werden zum Teil oder halt Kriegsverbrecher regelrecht glorifiziert werden für ihre militärischen Taten. Und dann wird da wieder gesagt, ja, aber eigentlich sind wir ja doch irgendwie, das kommt nicht so bei allen an. Das kommt dann irgendwie manchmal so ein bisschen wie ein Scheinagmet. Und Sabaton ist durchaus auch in Kreisen ausgesprochen beliebt, diese, wenn man ihnen ja glauben kann, eigentlich nicht unbedingt gerne so bespaßen wollten oder bespielen wollten. Genau. Das ist halt so eine Grauzone. Ja. Wollen wir das Video noch zu Ende gucken oder was? Oder wie? Genau. 130 Sekunden. Da ist sie wieder. Hast du gesehen, Viktoria? Ja, ja. Krankenschwester. Alter, die Schulterkappen. Und russische Orden. The fuck? Okay, das war's. Cool. Genau. Und diesen Satz, den ihr gerade seht, frankly, I enjoyed the war, ist ja relativ berühmt. Und wer sich an einen unserer Quizzes erinnert, dem sollte jetzt klar werden, dass wir das auch schon mal hatten. Ja. Und heute werden wir Ihnen vorstellen, The Viard oder The Viard, wie man ihn auch immer ausspricht. Und jetzt zum ersten Mal in der Geschichte von Historia Universalis, also zum ersten Mal, seitdem wir streamen, haben wir tatsächlich einen Szenenwechsel. Haha. So, gut. Jetzt habe ich natürlich ein scheiß Bild da irgendwie drin hängen. Cool. Achso, du redest von Twitch. Ich denke die ganze Zeit, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Ah. Was passiert jetzt im psychedelischen Wald? Ja, ja. Und warum ist da so ein komisches Bild, was da nicht sein sollte? Hilfe, Gott. So. Und Viktoria ist jetzt Elias? Ja, ich habe das gerade weggemacht. Das sollte nicht da sein. Ah, ja. Ähm. Ja. Gut, also im Szenenwechsel müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Aber cool. Ja, genau. Für die PowerPoint-Transition, wie schon History Johnny gerade sagt. Ja, das lernen wir dann noch. Gut. Und jetzt sehen wir auch diesen netten Herrn hier. äh, im Stream. Und natürlich auch als ... Beziehungsweise die HörerInnen dann im Feed wahrscheinlich als Titelbild, würde ich fast vermuten. Wollte ich gerade sagen, Karol. Du kannst meine Gedanken lesen. Tut mir leid. Na, gar kein Problem. Und jetzt könnt ihr mir ja schon mal sagen, ich finde doch, dass sie ihn ganz gut auch getroffen haben, oder? Ja, schon. Also, du meinst jetzt im militärischen, also so Waffensinne? Nein. Der Schauspieler. Ich meine, ja, ja, ich weiß schon, ich wollte damit sagen, sie haben ihn ja auch versucht zu treffen, aber es hat da ... Weißt du, verstehst du? Oh, au, au. Oh, okay, ja. Wie heißt denn der YouTuber nochmal? Weil das ist ja kein Schauspiel, in dem Sinne des ja YouTuber, der ihn gespielt hat. Wie heißt denn der nochmal? Keine Ahnung. War das der ... Wieso? Der macht, glaube ich, den Kanal ... Der Zerstörer. Nee, der macht einen Kanal zum Ersten Weltkrieg. Ja. Ah, ach, das sind als Rasse Verbindungen. Ja, ja. Also, der ist ein ganz berühmter YouTuber, der sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt. Ich muss ihn suchen, das hilft nix. The Great War heißt der Kanal, glaube ich. Genau. Aber ihr erinnert euch jetzt an das Video und das werde ich jetzt alles historisch einordnen, weil, wie Froh schon sagte, also ist das erst weiter oder Erster Weltkrieg und so weiter, im Endeffekt ist es beides und noch mehr. Aber das erfahren wir jetzt ja gleich. Wir befinden uns erst einmal in Frankreich. Also, zumindest irgendwie am Anfang jetzt. Und genauer gesagt im Dorf La Bourcelle in Nordfrankreich. Oh, jetzt ausspricht. La Bourcelle. Am 2. Juli 1916, am Abend, hatten dort die britischen Truppen zwei Tage der sogenannten Somme-Offensive hinter sich. Ist ja einer der berühmtesten Offensiven im Ersten Weltkrieg. Mussten nun La Bourcelle einnehmen, das durch, ja, die Deutschen in eine Festung verwandelt worden war. Um 18 Uhr besuchte der Kommandeur der Division, Generalmajor Tom Bridges, die Frontlinien und ernannte den Kommandeur der 8. Kloster? Kloster? Kloster. Kloster. Kloster in dem Fall wahrscheinlich. Nee, nie nicht mit Schei hinten dran. Ah, dann nur Kloster, okay. Kloster zum Befehlshaber des Angriffstrupps. Das ist wie Worcestershire. Also, das Kloster. Alle anderen waren entweder tot oder verwundet, also Anführer. Deswegen gab es nur noch diesen Kommandanten der 8. Kloster. Doch der Angriff gestaltete sich schwer. Sorry, wenn ich da jetzt so im Hintergrund reingrenze, aber ich glaube, das müssen wir kurz erklären. Elias und ich hatten uns mit dieser Folge heute Mittag schon mal auseinandergesetzt. Und zwar, nachdem ich letzte Woche über Piraten gesprochen habe, hat Elias eigentlich krass gesagt, jetzt diese Woche Piraterie betrieben, weil er hat mir nämlich diese Folge sozusagen geklaut. Ich habe schon vor Monaten mich entschieden, ich will unbedingt mal irgendwann eine Folge zu Adrian Carton DeVyatt machen. DeVyatt. Oder DeVyatt ja von mir aus. Und dachte mir noch, meine Güte, das wird wieder schön englische Geschichte und so weiter, wo ich mich richtig austoben kann. Und jetzt kommt der Elias und da betont er die Sache noch nicht mehr richtig. Da kriege ich natürlich Pickel am kleinen Zeh. Aber nicht nur Flohs Leben ist schwer, sondern auch der Angriff der britischen Truppen. Die konnten nämlich nicht wirklich Boden gewinnen und am 3. Juli gab es sogar eine deutsche Gegenoffensive. Und um 12.30 Uhr waren die Soldaten wohl eine der heftigsten Kämpfe konfrontiert, die die Division bis dahin erlebt hat. Die Briten waren gezwungen, sich immer weiter zurückzuziehen und nur der Mut und Durchsetzungswelle ihres Befehlshabers konnte sie dafür retten, aufgerieben zu werden. Aber wer war dieser Soldat, der schon einen Distinguished Service Order bekommen hatte? Er war ein auffällig aussehender Mann, denn er trug eine Augenklappe oder ein Arm bzw. Hand fehlte ihm Teil seines Arms. Er schritt unter schweren Beschuss die Linie auf und ab und ermutigte seine Männer, ohne sich irgendeiner Gefahr bewusst zu sein. Und an anderer Stelle griff er einen potenziell ernsthaften deutschen Vorstoß mit all seinen verfügbaren Reserven an, die sich auf einen Feldwebel und einer halben Dutzel Männer belief, also quasi non-existent waren. Man konnte ihn auch an der Spitze eines Granatenkommandos sehen, wie er den Schlagbolzen mit den Zähnen herauszog, weil er hatte die Granate ja in einer Hand und die andere Hand gab es nicht mehr, deswegen musste er es mit seinen Zähnen machen und er wurf dann die Granate in die feindlichen Gräben. Dieser Mann hatte scheinbar schon sehr viel erlebt und fürchtete nichts außer und nicht mal den Tod wahrscheinlich. Er hatte ihn nämlich auch schon mehrfach besiegt und er wurde der, nicht umsonst, der untötbare Soldat genannt, der Unkillable Soldier. Und eben um Sir Adrian Korten, Karten, De Wiat, De Wiat, um den geht es heute. Aber wir prägen es erstmal die angefangene Geschichte um La Boussel zu Ende. Am Nachmittag des 4. Juli war das Dorf nach langem Kampf, bei dem die deutschen Verteidiger aus den Ruinen des Dorfes ja nahezu herausgebombt wurden, dann endlich in britischer Hand. Und für diese Aktion erhielt unser De Wiat auch das Viktoria-Kreuz. Das Gefecht vom 3. und 4. Juli Das habe ich natürlich eigenhändig verliehen. Ja, natürlich. Du hast dich gut gehalten. Das Viktoria-Kreuz ist die höchste militärische Auszeichnung, die Großbritannien vergeben kann. Also das ist nicht einfach. Anders erwarte ich von Viktoria. Ja. Und dieses Gefecht am 3. und 4. Juli 1916 ist ein hervorragendes Beispiel für die Methoden von De Wiat als Kommandant und auch als Soldat. Er war, ja man könnte schon sagen, unerhört mutig und glaubte im wahrsten Sinne des Wortes zu führen. Also die Annehmlichkeiten des sogenannten Chateau-Generalchips oder des Schlosskommandanten waren nichts für ihn. Aber das werden wir ja heute noch an dem ein oder anderen Beispiel genauer sehen. Und es war dann auch irgendwie Ironie des Schicksals, dass er nach 1918 den größten Teil seiner militärischen Karriere in einer Reihe von quasi diplomatischen Ämtern verbrachte, die eine, ja ganz andere, die ganz andere Fähigkeiten verlangten und auch eine ganz andere Art des Mutes und der Führung. Aber wir gehen erstmal zurück zu den Anfängen seines Lebens. Adrian Carton Deviat keine Ahnung irgendwie ein bisschen Spanisch ausgesprochen damit Flo noch richtig getriggert ist. Also irgendwie muss man das nämlich französisch aussprechen denn er wurde am 5. Mai 1880 in Brüssel geboren und verbrachte wie es für einen Belgier nun mal üblich ist seine Kindheit in Ägypten. Seine Ausbildung Kommesbude Jetzt muss eigentlich Karol noch kommen aber egal Waffelhaus Was wollte ich? Nein Ich erzähle nichts von Ketterverließen und so Nein 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 Okay Die zwei P's waren in Belgien war das doch oder? Ja Genau Seine Ausbildung erhütete ihn aber in England auch wenn er sein Studium in Oxford nie beendete Das hing unter anderem daran dass er sich stattdessen Freiwilliger für das Paget Horse Regiment gemeldet hatte als der zweite Burenkrieg 1899 ausbrach obwohl er ja kein Britte war aber er meldete sich freiwillig und an dieser Stelle kommt nämlich das Video zum ersten Mal zum Vorschein wo er sich ja scheinbar zum ersten Mal überzeugen lassen muss für den ersten Weltkrieg sich freiwillig melden zu lassen wenn ihr euch erinnert diese Zeitungsanzeige die in dem Video zu sehen war wo er dann überzeugt wird dahin zu gehen das ist falsch weil er war ja schon Soldat vorher 1899 in den Burenkrieg dort hieß er übrigens Trooperkarten weil er benutzte eine Norm de guerre einen Kriegsnamen weil er noch minderjährig war und kein Britze also gab er sich eben als Trooperkarten aus um da teilzunehmen gab es ganz oft und und er bewies direkt seinen selbstmörderischen Mut obwohl er einem Schermützel schwer verwundet und 1900 vorübergehend aus der Armee entlassen worden war beendete er den Krieg als Unteroffizier in einem regulären Kavalerie Regiment das sind die vierten Irish oder königlich irischen Dragona Guards wie kann man Guards übersetzen egal Guardedragona vielleicht muss man es umstellen Guardedragona also die Irish Guards Dragoons oder Irish Dragoon Guards sind es da wahrscheinlich Royal Irish Dragoon Guards ja das sind im Prinzip die königlich-irischen Guardedragona wenn du so willst genau um jetzt die Strichliste zu machen eins er war einmal verwundet aber noch hatte er all seine Gliedmaßen sein Auge und so so weiter also er wurde halt angeschossen die nächsten zwölf Jahre verbrachte er in der Friedenszeit als Soldat in England Indien und Südafrika also er blieb weiter im Militär und er heiratete 1908 in Wien weil da war auch irgendwie noch Friederike Gräfin Fugger von Babel Babenhausen er hat eine Fugger geheiratet er hat eine Fugger geheiratet gut ich meine die Familie Fugger war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr so geschrieben ja okay noch nicht ganz aber die war nicht mehr ganz so krass wichtig wie sie vielleicht mal im 16 Jahrhundert ich wollte gerade fragen die Fugger waren zu dem Zeitpunkt noch existent ja ja die Fugger gibt es heute noch hatten wir das nicht in der Computerspiele Folge wo ich mich drüber auch erinnert dass mein Lieblingsspiel die Fugger 2 aus meiner Kindheit keine Nachfolger bekam weil die Familie Fugger nämlich dagegen geklagt hat dass ihr Familienname mit einem Computerspiel in Verbindung gebracht wurde das Sabotage und Spionage drin hatte und sowas und Kupplerinnen und so ein Krempel und deswegen mussten die den Namen der Serie quasi in die Gilde dann ändern und das waren die übrig gebliebenen Reste des Hauses Fugger die immer noch natürlich nicht arm sind aber wie gesagt nicht mehr die politische und finanzielle wirtschaftliche Bedeutung haben wie sie es mal früher hatten gut nach dem Ausflug ins Hause Fugger kommen wir nach Somalia weil er wurde dort 1914 am Anfang des Jahres versetzt in einen Kamelkorb er wurde also Anführer von Kamelreitern ein Grund dafür war unter anderem das nicht ganz günstige Leben als Kavallerieoffizier in England dass er sich einfach nicht mehr leisten konnte weil er keine finanzielle Unterstützung zu seinem Vater mehr bekam dementsprechend versetzte er sich ins günstigere Somaliland wie es damals hieß und am 23. Juli 1914 verließ er das dann auch als England gegen Afrika und während er auf See war brach der Krieg mit Deutschland aus weshalb er aus Somaliland wieder versuchte verzweifelt irgendwie nach England zurückzukommen und dann wieder das Video suggeriert er ist am Anfang in England nein er war zu Kriegsausbruch nicht in England aber vor Ort musste er erstmal einen Feldzug gegen Mohammed ibn Abdullah Hassan auch bekannt als der verrückte Mullah teilnehmen das war ein Sufi-Shaysh und einer der berühmtesten und bedeutendsten somalischen Poeten also wie das nun mal so ist der crazy Mullah ist also auch ein Dichter und er führte einen jahrzehntelangen Aufstand gegen die Aufteilung der Somaligebiete unter den kolonialen Mächten Italien und Großbritannien beziehungsweise gegen die Angliederung der Region Ogaden an Äthiopien am 18. November 1914 wurde Devia dann viermal getroffen als er eine Gruppe somalischer Truppen bei einem Angriff auf eine Festung anführte also Strichliste zweite Verletzung er wurde viermal getroffen der spätere Lord Ismay der ebenfalls anwesend war erinnerte sich an Karten Devia wie auf die Festung zurannte dabei am Arm und am Orgel getroffen worden war und bereits eine Verwundung am Auge erlitten hatte aber Zitat er ließ sich nicht bremsen also er hat mittlerweile einen Teil seines Ohres verloren und irgendwie hat Schiss abbekommen ich glaube genau kurze Zeit später sollte er dann auch sein Auge verlieren aber das komme ich gleich nochmal dazu und für diese Aktion bekam er auch dann den DSO Distinguished Service Order aber ist auch nochmal so ein Orden und das ist ganz witzig das kann man an der Stelle vielleicht sagen wir wissen ganz viel über sein Leben weil er 1950 was getan hat eine Autobiografie die bezeichnenderweise wie hieß Flo weißt du das äh ne jetzt aus dem FF gerade nicht mehr müsste ich Happy Odyssey Happy Odyssey ich dachte er hat einen Wirtwitz mit dem Ohr gemacht oder so ein ganz Ohr oder so also dieser Mann der jetzt schon mehrfach schwer verwundet worden ist sollte gesagt haben am Schluss ich habe den Krieg eigentlich ziemlich enjoyed ziemlich daran Spaß gehabt nennt seine Biografie halt fröhliche Odyssee also er steht halt der Mann steht als so das Beispiel des also Carton de Wyatt ist auch in der heutigen Forschung immer noch für die Briten und auch in der heutigen Rezeption abgesehen von der Geschichtsforschung der prototypische oder einer der prototypischen britischen Offiziere damn the conditions damn the problems stiff upper lip und einfach durchziehen sich von nix beirren lassen stets ein gentleman bleiben stets wirklich fast schon fast schon idiotisch unbeirrt vorwärts Monty Python hat da so einen wunderbaren Sketch gemacht über über Offiziere die in Indien stationiert sind wo dann der eine Offizier gespielt von Eric Idle kriegt irgendwie in der Nacht von einem Tiger das Bein abgekaut und sitzt dann halt da und sagt ach ja ist doch nur ein Mückenstich oder nicht und sitzt da und liest ein Buch und ach ja dieses nonchalante das übrigens durchaus auch bei anderen britischen Soldaten damals verbreitet war ich weiß nicht ob ihr They Shall Not Grow Old kennt diese grandiose Aufarbeitung von Originalfilm Aufnahmen und Zitaten und Quellen über den Ersten Weltkrieg hast du es gesehen ja ich bin schon so lange dran hast du hast du da irgendwie eine Sicherheitskopie ne ich hab's mir glaube ich auf Amazon gekauft damals extra da hört man das ganz oft raus also es gab überraschend viele Soldaten die über den Ersten Weltkrieg gesagt haben dass es ihnen eigentlich sogar bei der Armee und in diesem Krieg auch tatsächlich Spaß gemacht hat also Dwight war da gar nicht alleine aber er war halt einfach es wirkt auf uns im Rückblick so krass absurd weil da halt einfach im Prinzip gefühlt jede zweite Kugel die irgendwie an ihm vorbeifliegen wollte eigentlich irgendwie noch schnell eingesteckt hat und immer weiter gemacht hat und halt eben dieser indestructible man dieser komplett unkaputtbare Typ war also der ist so ein Charakter einfach ein Unikum in der Armee dort aber das kommt vor allem von britischer Seite oder dass sie Spaß in dem Krieg hatten oder die Briten waren schon ein bisschen komisch kommt schon stark von britischer Seite natürlich vielleicht ist das auch britischer Humor was ich aber eigentlich sagen wollte ist dass er den Orden zum Beispiel einfach verschweigt also war ihm nicht so wichtig scheinbar und er kehrt dann tatsächlich nach England zurück weil er ja verwundet war und im Pflegeheim in der Park Lane wird ihm dann im Januar 1915 auch das linke Auge entfernt und das war ja auch das was der Schauspieler hatte diese Augenklappe und seitdem hat er halt diese Augenklappe und dafür ist er auch bekannt und dieses Krankenhaus sollte der DeViat auch in den nächsten vier Jahren sehr vertraut werden er wurde ja so oft verwundet dass er wie er selber schreiben sollte zu einem ihrer regelmäßigsten Kunden wurde sogar Seidenpyjamas mit meinem Namen waren für mich reserviert Zitat Ende aber dann im Februar 1915 schloss er sich der vierten Dragonagarde in den schützten Gräben bei Uepern an wo er dann als Infanterist diente also von der Kavallerie weg als Infanterist und ja drei Monate später war es dann soweit in der Nacht vom 10. auf den 11. Mai wurde er erneut verwundet dieses Mal an der Hand und jetzt kommen wir tatsächlich zu der Operationsszene die wir gerade eben gesehen haben weil der Chirurg weigerte sich die Finger zu amputieren was macht er ja er macht es selber er gibt sich die Säge oder lässt sich geben und sägt sich die Finger ab gut später wird ihm dann die ganze Hand noch abgenommen aber erstmal waren es nur ein paar Finger die dran glauben mussten und dennoch kehrt er ja eigenhändig und einhändig und einäugig rechtzeitig zur Eröffnung der Schlacht an der Somme im Juli 1916 an die Front zurück obwohl er diesen Kampf bei La Bruxelles den hatten wir anfänglich unbeschadet überstand war es angesichts des Führungsdeals von Diviat unvermeidlich dass er früher oder später erneut verwundet werden würde er ging immer vorweg er war immer an vorderster Front und aufrecht stehend nach vorne gehend so war es dann auch so dass er am 23. Juli 1916 in Highwood das ist wahrscheinlich ich kenne nur die englische Bezeichnung Highwood heißt im Englischen ich weiß nicht welche Gegend das jetzt in Frankreich ist also ich kenne nur die englische Bezeichnung für die Gegend wo er dann ja durch ein Maschinengewehr am Kopf getroffen wird also man könnte jetzt denken dass man Kopftreffer von einem Maschinengewehr nicht überlebt außer man heißt Adrian Carton de Vired dann überlebt man das und das heißt er hatte wieder das Ticket in die Parklane gewonnen ins Krankenhaus und kaum hat er sich einigermaßen erholt ging es zurück nach Frankreich das war das Muster für den ersten Weltkrieg für ihn er kam zurück wurde verwundet und ging wieder in die Parklane man flickte ihn zusammen er ging nach Frankreich wurde verwundet er kam wieder zurück also wir machen jetzt mal eine kleine Liste in Somalia hatte er ein Auge und ein Ohr verloren bei Ypan war es die Hand an der Somme war es in den Kopf geschossen und die Knöchel geschossen bei Chambret in die Hüfte und bei Eras nochmal ins Ohr und das zählt noch nicht die ganzen Streifschüsse und ja wir sagen mal kleineren Verwundungen wie Körpertreffer die keinen Körperteil beschlagen haben groß wie Knöchel sondern ja irgendwie nur Fleischwunden hatten das zählt das alles noch gar nicht mit aber er wollte einfach nicht ins Gras beißen neben zahlreichen Verwundungen sammelte er also die sammelte er irgendwie wie so Briefmarken aber er sammelte auch Verwundungen sag ich jetzt schon Beförderung oder Auszeichnung bis Kriegsende war er zum Generalleutnant aufgestiegen und hatte eine ganze Reihe von Orden gesammelt und dann war der Krieg zu Ende er hat überlebt und in seiner Biografie schreibt er dann in seiner Autobiografie Frankl er hat enjoyed the war ehrlich gesagt hatte ich den Krieg genossen das ist eben dieser berühmte Spruch den wir von ihm kennen und dann kommen wir in die Zwischenkriegszeit und hier enden hier oft die Biografien von ihm oder die Erzählungen das Video ist irgendwie eine Mischung aus Ersten und Zweiten Weltkrieg wie wir ja auch festgestellt haben und eine Mischung zwischen ganz vielen Dingen aber das ist ja ganz klar Frankreich als Ort wo das ganze spielt dieses Video was wir uns angeschaut haben im Zweiten Weltkrieg war er ja nicht in Frankreich aber dazu kommen wir gleich willst du noch auf seine Medaillen ein bisschen eingehen die schienen mir jetzt also ich kann sie aufzählen aber du kannst auch wenn du willst es ist halt spannend zu sehen da sieht man halt auch wo wie umtriebig er war weil abgesehen von Victoria Cross war er 1945 auch wurde er zum Ritter geschlagen nach dem Zweiten wir kommen wahrscheinlich noch dazu der hat Medaillen nicht nur aus Großbritannien er hat auch polnische Auszeichnungen französische Auszeichnungen hat er im Laufe seines Lebens bekommen also deswegen war es dann auch jetzt gerade im Video fand ich so bitter dass am Ende seine Uniform irgendwie russische Verdienstmedaillen dran gehängt haben und so hält der Sowjetunion Sachen weil die hatte er tatsächlich ausnahmsweise nicht also er hatte irgendwie das Croix de Guerre aus Frankreich er hatte das Ehrenkreuz aus Polen er war in der Ehrenlegion in Frankreich er war in Holland hat er den Orden von der Krone erhalten aber das fand ich so bitter man hätte ihm wirklich dieses eindrucksvolle diese Ordenspalette irgendwie auf die Brust kleben können ohne große Probleme die Dinger gibt es alle als nachmachen oder als kleine Minispangen für eben auf so ein Ordensbrett quasi zu besorgen und dann hängen sie ihm halt da diese hässlichen und billigen nachgemachten russischen Orden die ihm eben händeweise verteilt wurden an die Brust weil sie weil sie es irgendwie nicht richtig da sich drum gekümmert haben das kotzt mich fast schon ein bisschen an also der hat wirklich einige der wichtigsten Auszeichnungen die man überhaupt in der britischen Armee kriegen konnte bekommen allein das Victoria Cross das hätte man darstellen eigentlich müssen weil Victoria Cross Inhaber sind Nationalhelden das wir haben sowas nicht das sind vielleicht für Deutschland müssen wir halt in den zweiten Weltkrieg zurückgehen das sind das sind mehrfache Ritterkreuzträger das was da dann was der dann mit dem Victoria Cross eben bekommen hat das ist normalerweise ganz viele Victoria Crosses werden eigentlich meistens Posthum verliehen weil sie halt wirklich nur für Aktionen verliehen werden die so dermaßen wagemutig sind dass die meisten die solche Aktionen vollbringen meistens auch dabei drauf gehen also so das da hat es mich jetzt wirklich so ein bisschen geärgert bei dem Video dass er halt da so das übergehen ich meine auch hier auf dem Porträt sieht man es ja auch diese vielen Ordensbänder an seiner Brust da sind einige der renommiertesten Orden dabei die man überhaupt haben kann da spielt es sogar kaum eine Rolle was für einen Rangmann hat wenn man diesen Ordner in der Brust hat das bedeutet Respekt weil da muss man echt verdammt viel dafür gemacht haben den Respekt hat er aber was passiert jetzt er wurde stellvertretender Leiter der britisch-polnischen Militärmission unter General Louis Botter und kam nach Polen Polen hat doch der Putin gesagt der würde doch nicht lügen man könnte es auch ganz kurz zusammenfassen wie immer in der Geschichte wollte jeder irgendeinen Teil von Polen aber wir wissen zumindest wenn wir ein bisschen aufgepasst haben so 39 und so konnte ja Deutschland irgendwas angreifen also Polen gab es dann ja noch also war nicht so dass es dann aufgelöst worden ist aber er sollte eben versuchen einerseits die Polen zu unterstützen Frieden vermitteln und solche Dinge eben machen und es gab dann ja auch den Versuch Frieden mit den ukrainischen Nationalisten zu schließen unter Simon Putlyura und die Ukrainer belagerten damals auch die Stadt Lviv aber die Gespräche verliefen erstmal erfolglos also damals polnisch heute ukrainisch Lviv ist ja auch momentan leider in den Nachrichten aber warum wurde Jan jetzt überhaupt unser Deviat für eine solche Mission ausgewählt nun ein gewisser Winston Churchill hatte eine Narren an ihn gefressen und weshalb er genau ihn für diese Mission haben wollte Flo du ziehst deine Mundwinkel so ein bisschen nach oben einfach nur so weil dass The Wyatt Churchill gefallen haben muss ist klar Churchill hatte ein echtes Faible für verschrobene Charaktere Churchill war fast der Meinung dass wenn man normal ist kann man kein guter Offizier sein es braucht Exzentrieren es braucht in irgendeiner Form einen Knall damit man als britischer General gut funktionieren konnte deswegen es war quasi klar dass Dwight bei ihm im Fokus landen musste zwangsläufig sie waren Zeit ihres Lebens gute Freunde auch tatsächlich wir haben aber jetzt einen Krieg ohne neue Verwundungen von De Wyatt also das wäre komisch oder wir haben jetzt übrigens Steppenreiter weil sein Zug wurde durch Kosaken überfallen Passion und zweimal stürzte sein Flugzeug ab und natürlich hat das überlebt mit sicher doch nicht dasselbe Flugzeug oder das wäre nämlich schon auch spannend das wäre schwer und irgendwann China sich dann auch in das Land verliebt zu haben denn er sollte von 1924 an bis 1939 hast du im Chat gesehen ja ja könnte man so sagen Ratterhoof das könnte ein Verwandter von Michael Malloy gewesen sein die haben definitiv eine ähnliche Durchhaltungsfähigkeit wenn es ums Überleben geht also ab 1924 bis 1939 kaufte er sich in Polen einen schönen Landsitz und versuchte einen schönen Lebensabend zu verbringen weil der Krieg endete dann mit mehr oder weniger einem Unentschieden und er schuf ein neues Osteuropa mit einem selbstständigen Polen also zumindest bis Zweiter Weltkrieg bekannt denn der ja startete bekanntlich mit einem Überfall auf Polen und De Wiat wurde zum Befehlshaber der britischen Mission in Polen ernannt gut da war er eh schon also bot sich irgendwie an weil er ja vor Ort war aber Polen befand sich im September 1939 in einer wenig beneidenswerten Lage das einzig wirkliche oder die einzig wirkliche Hoffnung für das Überleben lag in einer schnellen französisch-britischen Offensive an der deutschen Westgrenze aber das ist ja sowieso ein großes What-if der Geschichte was wäre wenn Frankreich und die Briten tatsächlich im September 1939 eine Offensive an der Westfront gestartet hätten was sie ja haben theoretisch theoretisch aber nicht durchgezogen haben sich dann wieder zurückgezogen haben ja also das hat mich glaube ich schon in ein paar Folgen mal so ein bisschen anklingen lassen die Franzosen haben ja tatsächlich eine recht große Armee über die Marginot-Linie hinaus bis ins Saarland hinein marschieren lassen und haben ja auch die Hälfte etwa des Saarlandes damals fast besetzt gehabt die sind also drei Fußballfelder ja nee also es war schon einiges die haben also im Nordwesten des Saarlandes große Gebiete erobert um halt zu also das heißt zu beobert sie sind einmarschiert und halt eigentlich hatten sie vor den Siegfried wie sie später genannte die Siegfried den Westwall auszutesten haben dann aber der Situation einfach nicht getraut weil das war irgendwie so klassisch man rennt gegen eine stürmt gegen eine Tür an die dann auf einmal aufgeht und dann sitzt man halt im Raum hinten dran und denkt sich Moment das da war jetzt ein bisschen zu einfach so a la Boris Becker wählt sich ins Internet ein und haben sich ja dann zurückgezogen das große What if wäre halt gewesen was wäre hätten sie halt wirklich am Westwall nicht halt gemacht sondern mit ein bisschen Nachdruck den durchstoßen dann wäre mit ziemlicher Sicherheit der Zweite Weltkrieg nur ein paar Wochen später rum gewesen weil die Deutschen hatten einfach nichts im Westen um so aufzuhalten aber das Problem war halt dass die Briten sich relativ schnell schon drauf verlegt hatten im Prinzip das wird ihnen ja heute auch noch immer wieder gerne vorgeworfen von polnischen Nationalisten etc. Dass sie gesagt haben Polen ist eh nicht zu halten für uns wir kommen eh nicht bis dahin und dass man sich von vornherein darauf verlegen wollte erstmal mal in Frankreich abzuwarten bis genügend Truppen da sind und bis man eben dann losschlagen könne und bis dahin war klar dass Polen sich nicht halten können und dann haben sie im Prinzip nur noch empfohlen das was von der polnischen Marine übrig ist soll dann halt ich Beispiel in der Royal Air Force im polnischen Geschwader da mit kämpften aber mehr war es halt leider nicht da war Dwight auch einer der ersten die halt eben als britischer Repräsentant eine Rolle gespielt haben er war das Sprachrohr in Polen er war das Sprachrohr ja dementsprechend alles lief dann über ihn aber nicht nur die Armee musste fliehen sondern auch er nämlich Mitte September Ost Warschau in Richtung Rumänien und auf dem Weg nämlich der Effizienz des gegnerischen Geheimdienstes und der verheerenden Wirkung der Luftwaffe die Frau eines seiner Mitarbeiter wurde dann auch bei einem der Luftangriffe getötet die für ihn das wichtigste Mittel des Erfolges der Deutschen war nicht dieser Blitzkrieg sondern die Luftwaffe und dieses Ereignis brachte ihn zu der Überzeugung dass er hatte gesehen wie sich das Zitat wie sich das Gesicht des Krieges veränderte der Romantik beraubt seines Ruhmes beraubt nicht mehr der Soldaten die in der Schlacht ziehen sondern die Frauen und Kinder die unter ihm begraben sind Zitat Ende Also dieses Frankly I enjoyed the war ist zu etwas ganz anderem geworden Der Zweite Weltkrieg war für ihn ganz anders Es war nicht mehr Spaß Das war bittere Ernst Wo jetzt natürlich so die Frage ist den Ersten Weltkrieg als Spaß zu bezeichnen aber das klammern wir jetzt aus weil wir zitieren ja erst mal es gibt ja kaum noch Überlebende gibt es noch Überlebende Soldaten des Ersten Weltkriegs wahrscheinlich nicht mehr Wenn überhaupt dann kriegst du sie locker in einen relativ kleinen Linienbus gepackt Also wir können nicht mehr so viele Menschen fragen in dem Moment als die letzten Illusionen dann auch über den Ausgang des Feldzuges endgültig zerstreut waren als dann ja am 17. September auch noch sowjetische Truppen nach Polen einmarschierten machte Karten De Wiert ein ernsthaftes Angebot nämlich er wollte bei ich glaube der Mann heißt Zmikli Ritz das ist der Oberbefehlshaber der Polen bleiben und auch mit ihm auf polnischem Boden weiterkämpfen Großbritannien mag Polen in der Stunde der Not um richtig gelassen haben aber Karten De Wiert persönlicher Ehrenkodex verbot ihm das aber das Mekli Ritz wollte das nicht Großbritannien wollte das nicht und er zog sich dann schließlich über Rumänien und Großbritannien zurück zu sicher war die polnische Niederlage sein Beispiel hätte nicht viel verändert aber er brachte eben einige Lehren mit etwa die furchterregende Stärke der gepanzerten mechanisierten Streitkräfte also dieser Blitzkrieg und vor allem eben der Luftstreitkräfte dazu gehört noch mehr als die gepanzerten und mechanisierten Streitkräfte Flo ich weiß ich sehe dein Gesicht aber du darfst gerne etwas dazu sagen es ist die neuere Forschung hat vor allem einen großen Irrtum aufgedeckt und zwar beim Blitzkrieg denken wir halt immer an Panzerverbände Panzerverbände und noch mehr Panzerverbände die unterstützt werden von Infanterie die meistens auf LKW sitzen der deutsche Blitzkrieg tatsächlich wie er aber wirklich ausgesehen hat und zwar abseits der Wochenschau Propaganda Videos war nicht so mechanisiert wie wir immer denken die deutsche Armee in den Frühphasen ihres Blitzkrieges hatte mehr berittene oder eben mit Pferdegespannen ausgestattete Einheiten als mechanisierte Einheiten der Mythos dass die alle mechanisiert sind wurde natürlich von der Propaganda auch gestreut der Gegner sollte Angst haben das hat auch funktioniert so nachhaltig dass wir das bis heute immer noch so verfestigt in der in der populären Rezeption haben aber tatsächlich war ein Großteil des deutschen Blitzkrieges auch später dann in Russland nicht mechanisiert sondern eher beritten etwa die furchterregende Stärke der gepanzerten berittenen und mechanisierten Streitkräfte und vor allem der der Luft Streitkräfte und im April 1940 stand Karten de Vier dann für einer der größten Herausforderungen seiner Laufbahn also nicht etwa der Erste Weltkrieg oder der Burenkrieg nein er hatte ja erst nämlich das Kommando über die Maurice Force also das norwegische Expeditionskorb bekommen aber eigentlich war er 60 Jahre alt und hatte noch nie die Stabsakademie besucht und hatte 1918 als Brigadier in einer Armee mit 60 Divisionen ihr überhaupt irgendwie Erfahrungen mit einem Kommando gesammelt also er war noch nie in so einer Position gewesen das andere waren alles mehr diplomatische Missionen danach zwei Faktoren sprachen dennoch für ihn sein ausgezeichneter Ruf und seine persönliche Erfahrung als Gesandter nämlich mit den deutschen Operationsmethoden er wusste wie die Deutschen operieren am 9. April 1940 da können wir auf Los Folge verweisen überfielen die Deutschen Norwegen und Dänemark die Alliierten antworteten dann mit einer Landung eigener Truppen in Norwegen das wichtigste Ziel war Narvik im Norden des Landes aber auch Trondheim sollte da eine gewisse Rolle einnehmen die Operation Trondheim zu sichern also das ist eben Morris Force wurde dann unter sein Kommando gestellt er traf ein um es dann auch direkt in spektakuläre Art und Weise zu übernehmen als sein Sunderland Flugboot am 14. April vor der norwegischen Küste eintraf wurde das Flugzeug von deutschen Jägern angegriffen ich meine wäre ja auch irgendwie komisch gewesen wenn wie er eintrifft und das unbeschadet tut auf dem Zerstörer HMS Somali bezeichnenderweise der Somalia Zerstörer die Vergangenheit holt ihn ein traf er dann den bekannten Schriftsteller und Colonel Peter Fleming und auch den Entdecker Captain Martin Lindsay Ihr Bericht aber war nicht sehr ermutigend Der tiefe Schnee wurde das verlassenes Hafen erschweren und es gab kaum Möglichkeiten große Truppenverbände überhaupt vor der Luftaufklärung der Deutschen zu verbergen Um die Gefahr aus der Luft während der Ausschiffung zu minimieren wurden die Truppenschiffe weit nördlich nach Lillusiona geschickt Von dort aus ging es dann nach Namsos Städte in Norwegen Auch dort war es wie in den beiden wie der ersten Hafenstadt war es bisher rückgeblieben Aber ein französischer General den Deviat unglaublich mochte ließ ein deutsches Flugzeug beschießen woraufhin die Lufthafte sich natürlich dachte Moment einmal was war das denn und mehrere Bomben Angriffe auf diese Gegend flog Während dann die Bomben auf Namsos niederging machte Deviat sein Gefühlen über die Franzosen Luft also Zitat soll er Verdammte Frösche sie sind alle gleich ein Knall und sie sind weg Nicht mein Zitat Der Überfall hatte jetzt aber zwei Folgen Namsos wurde schwer beschädigt was zu Schwierigkeiten bei der Versorgung und Verstärkung führte und die Morris Force wurde ständig aus der Luft beobachtet sie waren nicht mehr unentdeckt und der ursprüngliche Befehl lautete Trondheim in Zusammenarbeit mit einem direkten Angriff von Wasser anzugreifen aber das wurde jetzt zunehmend schwieriger und die schlecht ausgerüsteten französischen Chasseurs Alpine wurden dann auch in Namsos zurückgelassen also die die quasi dafür gesorgt haben dass man wusste dass sie da sind die Briten waren aber kaum besser ausgerüstet und die Männer und ihre Offiziere waren abgesehen von wir ziemlich unerfahren aber das schlimmste war dass die Luftabwehr nur noch sporadisch durch britische Flugzeugträger gewährleistet werden konnte sodass man eigentlich ununterbrochen unter Feuer deutscher Luftwaffe verstand der Sicheltruppe also der umschließenden Truppe ging es kaum besser sie bestanden aus zwei Brigaden unter General Patchett und wurden am 18. April in Andalsnes südlich von Trondheim angelandet sie gerieten dort auch unter Druck aus dem Raum Oslo was sie daran hinderte ihre Aufgabe eben diese Zahnbewegung zu machen was sie daran hinderte leider wurden dann in London die Leistungen von Patchett und De Wired überschätzt weil am 19. April schlug Churchill selbst noch vor den direkten Marineangriff auf Trondheim also die Operation Hammer aufzugeben vor allen Dingen aufgrund des Zitat des beträchtlichen Vorstoßes von Carton De Wired und der sehr leichten Landung in Andalsnes die aber alle gar nicht so leicht waren es wurde nun vorgeschlagen dass die beiden Armeen der Zangenbewegung den Hauptangriff auf Trondheim bilden sollten aber für De Wired war klar dass es eigentlich keine Chance mehr gab Trondheim einzunehmen und am 21. April wurden sie dann auch zum Rückzug gezwungen durch deutsche See- und Boot Truppen am 22. April einen Tag später teilte er mit dass er dem Brigadier Phillips befohlen habe Zitat sich über die Straße Stein Cannamzaus zurückzuziehen Zitat Ende um sich nicht länger den Beschuss der Luftangriffe auszusetzen also es war klar die Briten ziehen sich zurück und für De Wired der anerkannt sehr viel Mut und Gelassenheit auch in brenzligen Situationen hatte war es unüblich zu Panik zu neigen aber seine ständigen Wiederholung der Bedrohung durch die Luft und seine Empfehlung zur Evakuierung konnte den Londoner Behörden der Ernst der Lage wirklich nur verdeutlichen dann wurde auch am 27. April der Rückzug beschlossen und am 2. Mai 1940 wurden die Truppen innerhalb von drei Stunden dann durch die Royal Navy evakuiert vielleicht kann wenn ich da kurz einhaken darf das Problem das die Briten halt auch gerade hatten da bei Norwegen war sie hatten wie du schon gesagt hast ein paar Flugzeugträger die Flugzeugträger damals aber in der frühen Phase des Krieges waren bei weitem nicht so gut wie später dann die hatten teilweise nicht viel bessere Flugzeuge als im ersten Weltkrieg hatten also ein Großteil der Flugzeugträger benutzten teilweise immer noch Doppeldecker während die deutschen Flugzeuge inzwischen ja durch die Vormärsche und die Besetzung von wichtigen Flughäfen in Norwegen tatsächlich von dort aus mit ihren modernsten Flugzeugen operieren konnten also das waren Heinkel Bomber das waren Junkers Sturzkampf Bomber das waren auch frühe Heinkel Jäger und so weiter die konnten halt mit landgestützten Flugzeugen mit ziemlich großer Sicherheit dort operieren die Royal Air Force hatte das große Problem dass sie bei weitem nicht genügend Kräfte hatten die zum Beispiel die Reise über die das mag vielleicht auf einer Landkarte nicht weit wirken aber den Flug zum Beispiel von Schottland aus nach Norwegen überstehen konnten selbst im späteren Kriegsverlauf zum Beispiel um die Tirpitz in Norwegen bombardieren zu können brauchten die wirklich Langstrecken Bomber die es einfach zu dieser frühen Zeit des Krieges nicht gab also The Wired war halt einer der großen Vorreiter dieser Idee Großbritannien braucht verdammt noch mal die Lufthoheit weil ohne Lufthoheit geht das einfach nicht der deutsche Krieg wie er geführt wurde der Blitzkrieg ging nur unter dieser Glocke von Luftüberlegenheit wie sie eben in der ersten Phase des Zweiten Weltkriegs und noch Teilen des mittleren Verlauf des Zweiten Weltkriegs stellenweise aufrechterhalten werden konnte das das wollte den Briten teilweise auch von der Doktrin her einfach nicht in den Schädel beziehungsweise die konnten halt sich nicht mal schnell so eine Luftwaffe aus den Rippen schneiden und Flugzeuge die halt von Flugzeugträgern damals funktionierten waren halt einfach die mussten erst noch entwickelt werden das war das was den Briten und den Franzosen dieser Expeditionary Force richtig Probleme gemacht die Deutschen haben in Norwegen auf alles Bomben geschmissen was nicht bei drei in einem Bunker saß hatten wir auch bei der Folge von mir da dass die zum Teil sogar auf politische Aktion wie zum Beispiel die Ablehnung des Norwegischen Königs des deutschen Kapitulationsangebotes darauf haben die geantwortet indem die ein paar Städte bombardiert haben wo sie davon ausgehen konnten dass der norwegische König dort irgendwo untergekrochen war die haben wirklich mit schirem Bombardement jeglichen Widerstand versucht zurechtzubrechen und das hat funktioniert die Briten konnten einfach nicht eine Lufthoheit erringen und konnten ihre Truppen in Norwegen nicht ausreichend versorgen um da lang genug Fuß zu fassen und Dwight hat das früh genug erkannt und hat dafür plädiert dann halt es eben sein zu lassen bevor man halt noch mehr Truppen verliert als man dann eben schon später bei Dünenkirchen eingebüßt hatte Großbritannien hatte nicht mehr viel Er verließ jetzt den Norwegen Feldzug aber mit weitgehend intakten Ruf weil sein persönliches Weichel war hervorragend gewesen unter den Luftangriffen war er wie immer ruhig geblieben also der Bombenangriff unterschied sich für ihn nicht so groß vom Granatenangriff während des Ersten Weltkrieges und was relativ selten war Churchill mochte ihn immer noch also Churchill hatte so ein Problem mit gescheiterten Generälen aber für Churchill war das jetzt kein so großes Problem dass er dabei hatte er selber mit Gallipoli ja nicht unbedingt gerade eine sonderlich gute Vergangenheit der gute Churchill zu Gallipoli so viel kann ich spoilern werden wir in ein paar Wochen auch kommen da werde ich ihr wieder in deinem britischen Wässern fischen ich warte noch auf eine Steppenreiter Folge von dir ja toll Sack Norwegen sollte aber die letzte das letzte militärische Kommando von dir sein im April 1941 wurde er zum Leiter der britischen Militärmission in Jugoslawien also jetzt ist er auch noch dort unterwegs aber während eines Fluges über das Mittelmeer stürzte er vor der nordafrikanischen Küste ab jeder der mit ich stelle mir das am Flughafen vor da sind so ein paar Leute die müssen in dieses Flugzeug einsteigen da sehen sie dass Adrian Carton DeWire dazu kommt oh fuck das ist einfach der Final Destination Moment du weißt einfach dieses Flugzeug wird abstürzen das liegt nicht am Flugzeug das liegt nicht am Piloten das ist Adrian Carton DeWire er hat einfach Scheiße am Schuh aber natürlich ist er nicht tot das wäre ja irgendwie komisch weil alles überlebt er ja und er gerät dann in italienische Kriegsgefangenschaft wo er erstmal auch bleiben sollte für ein zwei jährchen am 25 März 1943 entkam er im Alter von 43 Jahren durch einen Tunnel und blieb acht Tage lang mit einem Sir Richard O'Connor auf freiem Fuß er wurde wieder gefangen genommen aber dann weniger Zeit später im August 43 durch Generale Zanussi das war der wichtigste Assistent des italienischen Generalstabschefs nach Lissabon entzahnt um den Abschluss eines Waffenstillstands zwischen Italien und den Alliierten zu beschleunigen wir wissen der Duce war auf Seiten Deutschlands in den Krieg eingestiegen aber wie ein italienisches wie soll ich sagen wie eine italienische Tradition das wohl mittlerweile wurde wechselten sie während des Krieges die Seiten und er begleitet dann die Delegation als Zeichen des guten Willens zu zeigen wir geben euch eure Gefangenen zurück wenn wir jetzt Frieden miteinander schließen aber es war eigentlich eine geheime Mission die sollte nicht bekannt werden warum er dann unbedingt den sehr auffälligen Karten Deviat mitnahm ist fraglich der Mann war erkenntlich er trug wie gesagt Augenklappe fehlte ein Teil seines Arms ein Teil des Ohrs den Schnauzer dürfen wir ja auch bewundern also dieser Mann war auffällig und ein dadurch unvermeidliches Ergebnis war dass es die Legende gibt dass er verantwortlich war für diesen Waffenstillstand aus dem Gefängnis heraus aus der Kriegsgefangenschaft aber gut das ist wie gesagt nur eine Legende im Oktober 1943 ernannte dann Churchill unseren Deviat zum persönlichen Vertreter Wo wohl wo war er noch nicht wo war er noch nicht abgestürzt in China bei Chiang Kai und wurde dann eben auch zum Verbindungsoffizier zwischen Chiang Kai und Mountbatten da haben wir wieder einen Mountbatten aus der letzten Folge weiß ich nicht ob die verwandt sind wahrscheinlich schon doch doch das sind die Mountbatten auf das war warte mal war es war es Mountbatten der der Lord Admiral oder ja dann war es Mountbatten of Burma das sind Cousins ersten oder zweiten Grades der Mountbatten die also Lord Mountbatten war ein Cousin meine ich von Philip Mountbatten also dem Herzog von Edinburgh aber diese Mission war nicht besonders einfach es war kein den Vergleich lasse ich jetzt China war ein diplomatisches Schlachtfeld zwischen britischen und amerikanischen Interessen also bis 1939 war Großbritannien ja die westliche Macht mit dem größten Einfluss in China Opiumkrieg wollten wir auch mal eine Folge zu machen super interessant aber egal in den folgenden fünf Jahren kam es aber zu einer dramatischen Umkehrung dieser Beziehung und die USA übernahmen immer weiter die dominierende westliche Macht oder Rolle in China und das spiegelte sich auch in der unterschiedlichen britischen und amerikanischen Einschätzung der Bedeutung Chinas für die Kriegsanstrengung gegen Japan wieder im Großen und Ganzen betrachteten die USA die Operation in Burma beziehungsweise Myanmar unter dem Gesichtspunkt der Bereitstellung von Stützpunkten für die Versorgung Chinas während die Briten auf die Rückeroberung ihres eigenen Empires auswahren die haben festgestellt dass sobald wie es halt ja da im Zweiten Weltkrieg dann passiert ist sobald das riesige britische Empire im Herz getroffen wird kann es seine Glieder nicht mehr schützen das war die schreckliche Erkenntnis dass man gegenüber diesem Japan das mal so dermaßen vernachlässigt und ignoriert und so ein bisschen als krass gesagt das doofe Schlitzauge da in Ostasien das da irgendwie rumpoltert abgestempelt hatte plötzlich ziemlich mit den Außenstellen des British Empire machen konnte was es wollte weil Großbritannia einfach nicht die Kapazitäten plötzlich hatte um dort mit dem Druck zu agieren mit dem es in Friedenszeiten agieren konnte weil sie einfach in Europa jetzt fest gebunden waren dann kam noch hinzu dass britische Operationen die in Ostasien anliefen teilweise wirklich katastrophal gescheitert sind selbst die Royal Navy die unbesiegbare Royal Navy hat ja mächtig auf die auf die Schnauze bekommen mit der Force Sea wo sie innerhalb von einem Tag plötzlich zwei Schlachtschiffe und einen Schlachtkreuzer verloren haben dass die Briten haben da echt auf einmal sich in einer Juniorpartnerposition mit den Amis gefunden die halt wie es ja immer so gerne Admiral Tojo meine ich ist es in den Mund gelegt wird dass er da diesen schlafenden Riesen geweckt hat der dann halt plötzlich und sehr heftig in Ostasien mit der Faust auf den Tisch gekloppt hat man erkannt auch dass die Briten um diese Beziehung zu China nochmal herzustellen mehr als ein Lippenbekenntnis geben mussten um Chiang Kai-Shek im Krieg zu behalten wir müssen nochmal eine eigene Folge zu China und Japan im Zweiten Weltkrieg machen das ist ja was super interessantes was in unserer westlichen Welt so gar nicht präsent ist also dementsprechend klammer ich das jetzt hier erstmal aus und Churchill kommentierte dann im August 1944 auch etwas säuerlich dass die britischen Truppen in Birma fehlerplatz seien und Zitat unter den denkbar schlechtesten Bedingungen kämpfen um die amerikanische Flugroute über den Buckel zu schützen ihr sehr überschätztes China also Churchill selbst gab China einfach keine wichtige Rolle das amerikanische Misstrauen gegenüber dem britischen Imperialismus verleiht dem Problem dann noch eine weitere Dimension die Situation erforderte jemanden der sowohl den Amerikanern zuarbeiten konnte oder mit ihnen zusammenarbeiten konnte als aber auch die britischen Interessen schützen konnte Diviat und seine Haltung gegenüber Chiang Kai-Shek war im Allgemeinen noch positiv im Januar 1945 erstattete er dann im britischen Kriegskabinett persönlich Bericht sein Bericht dauerte sechseinhalb Minuten ließ die Kommunisten völlig außer Acht und war nach der Aussage aller Anwesenden ziemlich uninformativ Ja Carten de Weir wie Churchill auch selbst war im Wesentlichen ein Viktorianer ein Mann dessen Ansichten in der Blütezeit des Empires geprägt wurde und ziemlich von der britischen Überlegenheit überzeugt war Vor 1943 hatte er China noch nie besucht und seine Kenntnisse über das Land lassen sich anhand der Tatsachen beurteilen dass er sich als Zitat voller skurriler kleiner Menschen mit wunderlichen Bräuchen vorstellte die schönen Jadeschmuck schnützen und ihre Großmütter verehrten Zitat Ende Also der Mann hatte schlicht keine Ahnung von dem Land keine Ahnung was er machte aber er sollte da irgendwie was sagen und er ist gänzlich gescheitert Das war halt das kolonialistische Bild das man von Asien in Großbritannien zur damaligen Zeit hatte das ist halt ich meine China war damals nicht nicht unbedingt gerade ein Beispiel für einen stabilen Staat um es sehr harmlos auszudrücken die waren mitten im Bürgerkrieg ein riesiges Land das komplett implodiert war und jetzt von den Westmächten im Prinzip auch eigentlich die hatten diese Implosion beobachtet die hatte sich abgezeichnet das war ja nichts was was plötzlich passiert ist nur jetzt wurde China halt überhaupt erst nochmal beobachtet weil jetzt brauchte man das Land plötzlich als potenzielle Operationsbasis gegen Japan das ist eigentlich mit der einzige Grund warum plötzlich die Westmächte sich so für China interessierten auch wieder was wo man ihnen halt wirklich sehr kolonialistisches und egoistisches Denken vorwerfen kann und nicht ganz daneben liegen würde Der Krieg war aber für ihn beendet ohne weitere Verwundung und Verletzung und die nächsten Jahren sollten erstmal friedlich für ihn bleiben bis er 1963 starb also der untutbare Soldat starb dann an Altersschwäche alles andere wäre komisch gewesen er hat zwei Weltkriege überlebt ein Auge verloren Teil des Ohrs verloren Teil des Arms verloren hat sich die Finger selbst amputiert mehrere Schusswunden in den Kopf in die Knöcheln in den Körper zweimal mit dem Flugzeug abgestürzt ich glaube ne dreimal mit dem Flugzeug abgestürzt dreimal ja also in Polen in Skandinavien und in Nordafrika abgestürzt man könnte sagen ein ganz schön aufregendes Leben und wie gesagt aus seinem Munde eine fröhliche Odyssee und damit sind wir am Ende dieser ja etwas skurrilen Gestalt würde ich mal so sagen die sehr markant ist in Aussehen als Zucht hat sehr schön ich bin echt froh und erleichtert dass es gelungen ist also dass es dir gelungen ist diesem Mann noch einmal etwas näher zu beleuchten ich hatte das schon mit Interesse und Unverständnis im Zuge dieses Quizes da wahrgenommen dachte so alter Falter also die sieben leben einer Katze oder wie viel hat eine Katze neun das ist ja neun neun klar okay gut dann halt irgendwie so und so viele leben einer Katze englischen neun im deutschen sieben siehste okay alles klar auf jeden Fall fand ich das extrem interessant und spannend und der hatte wie du so schön sagst der wirklich echt scheiße am Schuh also sehr sehr interessant und aber irgendwie auch nicht danke schön also irgendwie hat er ja auch keine Scheiße am Schuh also er hatte alles überlebt ja 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 klar Scheiße am Schuh ein Kleeblatt in der Tasche oder so sowas in der Art ein Kleeblatt im Lauf der hat wahrscheinlich der hat wahrscheinlich alles gehabt also eine Hasenpfote irgendwo ein Kleeblatt alles ein Hufeisen irgendwie hinter seiner Augenklappe versteckt oder sonst irgendwie was also es ist unglaublich aber darüber ist nichts bekannt oder dass er irgendwie abergläubig war abergläubig alter abergläubig war ist mir nichts über den Weg gelaufen aber wird also an seiner Stelle wäre ich das langsam also irgendwann aber deswegen verkörpert er ja dieses Idealbild des britischen Offiziers weil der lässt sich von sowas nicht beirren das ist das selbst im zweiten Weltkrieg war die Doktrin ein britischer Offizier lässt sich nicht aus der Ruhe bringen der läuft mit seinem Gehstock unter den Arm geklemmt als würde er in London eine Straße runterflanieren übers Schlachtfeld gibt es diese Anekdote aus der aus dem Filmdreh zu welcher Film war das nochmal die Brücke von Anheim sowas irgendwie was da das klingelt ja ja von ich habe ihn vor Augen der hat dann in Jurassic Park hat er dann den den Gründer von Jurassic Park gespielt von Ingen scheiße alles grüßen Attenborough Richard Attenborough genau der war der der war der Regisseur da hat es diese Anekdote gegeben die haben mit die haben mit Offizieren aus dem zweiten Weltkrieg zusammengearbeitet mit den Generalen vor Ort die vor Ort waren eben zusammengearbeitet der hat dann zum Beispiel die Empfehlung in einer Szene gegeben der Schauspieler solle nicht sich ducken und irgendwie rennen von Deckung zu Deckung weil Doktrin im zweiten Weltkrieg war es du läufst über eine Straße du weißt ein deutsches MG das zieht diese Straße ab scheißegal klemm dir deinen Schirm oder deinen Stock und deinen Arm und lauf da schlendernd über die Straße das war diese showing defiance to the enemy in the face of death also quasi diese Todesverachtung das sollten britische Offiziere repräsentieren und wenn er dabei drauf geht ist er ein Held aus unserer Sicht heutzutage ist er ein Vollidiot aber aus damaliger Sicht ist er ein Held das hat Dwight so verkörpert und so dermaßen auch mit geprägt dieses Bild dass das möglich ist er war ein Held er war es ja Vereinigten Königreichen Absolut bis heute ist er auch viel bekannter dort als er hier ist ja ja gut ist klar ich meine das ist für die ein Volksheld das ist dass dann natürlich ein britischer Volksheld nicht unbedingt in Deutschland so Verehrung findet ist außer vielleicht in einschlägigen Kreisen ist klar und es ist auch super passend dass er gar kein Brite ist ja das stimmt das habe ich auch gedacht das passt aber auch ja gut aber wie viele Offiziere in der in der britischen Militärgeschichte waren aus aller Herren Länder hergekommen alleine schon aufgrund der Natur des Empires war das ja nicht überraschend also das wollte ich ja nur sagen es war einfach irgendwie er ist Symbolbild für vieles aber gut nachdem wir jetzt glaube ich eine Stunde kürzer sind als in der letzten Folge von Flo die übrigens großartig war möchte ich sagen also ich hatte sehr viel ja ja natürlich was reingehört ich habe sie angehört ne wirklich war war äußerst spannend unterhaltsam und ja hat mir sehr gut gefallen großes Lob an euch beide es hatte nur nur eine Zutat gefehlt Schinken was denn ich wollte es sagen die die nicht da waren die die anderen aus unserem Podcast aber ach so ja Schinken ja Schinken ja okay aber jetzt können wir ja dann zu einem kleinen Feedback-Blog übergehen nicht wahr ja ich wollte nur auch kurz noch sagen ich war ein bisschen langsam mit am Muten das mir sehr gut gefallen hat sehr interessant vielen Dank dann ja was haben wir denn so bekommen also wir hatten ja schon uns bedankt für die Bücher die momentan eintrudeln wenn ihr da mal schauen wollt ich Flo du hast heute deine Liste geupdatet richtig ja ja und ich habe auch tatsächlich gerade im Hintergrund als wir hier gesprochen haben nochmal ein Buch selber bestellt nämlich über den Niedergang des British Empire in Ostasien das hatte ich nämlich beim Erstellen der Liste heute Mittag gesehen und dachte mir jetzt nee jetzt will ich es haben hast du vorher nochmal kurz gecheckt wer das geschrieben hat etc ja diesmal ja und das passt gut also wer die letzte Folge sicher nicht angehört hat kleiner Verweis drauf ich meine Elias hat schon recht gehabt als er letzte Folge gesagt hat auch so ein Fehlkauf kann durchaus interessant und relevant sein weil man halt an dem auch sowas diskutieren kann und das war ja in dem Falle denke ich schon der Fall ey wir haben 25 Minuten uns darüber unterhalten ja ich fand das sehr ausgiebig und voll in Ordnung das glaube das war wirklich wichtig und notwendig dass man das nochmal einordnet und ein bisschen sortiert und so fand ich gut ich habe auch heute Mittag tatsächlich immer ich hatte Amazon den Tab auf um die Bücher auszuwählen hatte zwei oder drei Wikipedia und Google Tabs noch auf wo ich dann die Autoren jeweils gegoogelt habe aber gut naja also einen Sönke Neitzel zum Beispiel brauche ich nicht zu googeln da weiß ich dass der zuverlässig ist genau okay bevor wir weitermachen müssen wir uns ganz ganz stark groß und viel bei History Journey bedanken der für jetzt müsste ich eigentlich weiter falsch benennen äh wie habe ich ihn damals genannt Fettes Joe oder ja Fettes es ist Fettass Joe genau ähm er hat ihm ein Abo für drei Monate geschenkt also vielen vielen Dank History Journey dafür und äh vielen Dank auch für das Lob was gerade noch danach kam wir versuchen das weiter aufrecht zu erhalten ähm und haben auch das wissen die anderen noch nicht wir haben noch so ein kleines Schmankel was in den nächsten Wochen erscheinen wird das erzähle ich denen gleich aber gut äh dann ist es denke ich nochmal Zeit äh euch zu danken dafür dass momentan unser Discord-Server so weiter gefüllt wird äh das ja nur möglich ist dank Viktoria also hier nochmal Viktoria loben danke wir machen dir ein Kreuz macht aber sehr viel Spaß also ich freue mich auch immer wenn da geschrieben wird und wenn ich dann mit euch interagieren kann weil ich hänge sehr viel auf Discord rum muss ich gestehen und ich freue mich immer wenn ich mit wem labern kann äh dann die Frage an euch äh da ich ja nicht reinschauen kann wir gehen ja jetzt mittlerweile die Pappschindel dann doch mal an äh sind da genug Fragen da oh ja doch ich glaube schon also es sah ziemlich gut aus wie es dann aussieht nach dem Aus sieben weil wir hatten da schon die ein oder andere Frage entdeckt die ich schon mal irgendwann äh erwähnen kann also ist du redimensional als würde ich mich daran erinnern ja es stimmt auch wieder äh aber ja ne klar also da könnt ihr auch nochmal reinschauen falls ihr dann doch eine oder andere Frage unterbringen wollt genau ja dann bleibt uns jetzt nur noch die Möglichkeit uns zu unterstützen oder ähm ja da möchte ich ja nochmal ganz kurz Schelte los so gut die letzte Folge war und so unpassend der Spruch von Elias dass ich euch köpfen werde weil das irgendwie nicht das war irgendwie unpassend nein ich werde euch nicht köpfen ich werde euch hiermit ja genau ich teile euch hiermit Schelte in der Öffentlichkeit also sowas muss vorbereitet sein ich habe dann deswegen äh in den in die Episodenbeschreibung auch noch mit reingeschrieben dass wir uns bei den ProduzentInnen bedanken und das nicht ganz so also wir nennen jetzt womit fangen wir an bei den ProduzentInnen oder bei irgendwelchen SpenderInnen ich weiß ja nicht ob da was eingetrudelt ist also die Bücherspenden hatten wir ja schon abgehandelt äh andere Spenden nein gut dann nicht dann äh ja dann äh gilt es danke zu sagen an unsere ProduzentInnen nämlich die Franziska und den Roman vielen Dank und auf Wiedersehen und Hören bis bald frankly I enjoyed this this episode cheerio Sä 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 Frage, wer macht nächsten Mittwoch die Folge? Der, der fragt, oder? Also, fragt, das heißt, fragt. Danke, Karol. Also, fragt mal, ob der Einkaufswägen frei ist.